Herzlich willkommen hier in unserem Familienberatungszentrum der Stadt Krefeld am Auswahl 107. Sie finden hier in unseren Beratungsräumen und in unserem Gebäude verschiedene Angebote, die Kinder und Familien betreffen. Sie haben die Möglichkeit, sich hier bei uns im Erdgeschoss zu Themen des Sorgerechts, zu Umgang und Erziehungstipps beraten zu lassen und Sie finden hier auch das Kinder- und Familienbüro, das viele verschiedene Angebote in Krefeld für Familien und Kinder anbietet, beispielsweise auch den Weltkindertag. Wenn Sie ein Beratungsangebot bei uns in Anspruch nehmen wollen, dann sehen Sie hinter mir schon eine ganz tolle Spiegelandschaft für die Kinder, die sich dann auch beschäftigen können, während sie beraten werden und Sie haben die Möglichkeit, sich auch noch über andere Angebote hier Informationen einzuholen. Beispielsweise gibt es das Sachgebiet der Beistandschaften, die auch gemeinsame Sorgerechtserklärung für Sie kostenlos erstellen. Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch von 9.30 bis 16 Uhr, von Donnerstags 9.30 bis 17.30 und Freitags von 9.30 bis 12.30. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!